Ich bin Florian Kainz und ich schlage den Zetti. Ich bin Zetti und schlag den Kainzi. Wer gewinnt? Eierkopf, Zetti. Da ist er. Fangen. Ich da fangen? Ja klar. Letzter. Ja, in irgendeinem Tor schieß ich schon. Ah! Das Letzte. Oh, das ist gut. Das ist natürlich schade. Das würde gut sein. Das Gefühl, wenn man Pfosten trifft vom Letzten. Das hätte sie mehr verdient. Ich kläre jetzt erstmal aus. Wenn ich fünf Mal Alu treffe, kriege ich dann auch einen Punkt. Nervös. Ich fang nix. Ruck liegt bei dir. Okay, jetzt liegt er bei mir. Ich muss nur ins Mittlere treffen. Hab ich schon gewonnen. Ja, dann macht man. Kein Problem. Gefühlt ein Chip. Oh, ist das schlecht. Oh, war das schlecht. Also gegen Torwart zu verlieren, ist halt scheiße generell. Muss man schon sagen. Ja, das ist natürlich scheiße. Sauer. Soll ich den noch schießen? Ich mach mit links. Wohin? Ne, ins Letzte. Das ist doch ganz einfach. Ich zeige euch das. Das ist doch ins Letzte. Was war da los? Pech. Pech gibt es nicht. Zwei Stangentreffer. Leider.